Kett, hast du ne Nachtspringeruhr? Ja, zwei Minuten, ne? Ach, das, äh... Noch drin, das Fighter ist da... Ah, Fighter wird auch TV. Na gut, dann kommen wir ins Gehege. Spür doch mal. Alle sind Fighter hier aufgetaucht, alle Fighter schon. Franky? Franky? Ich hab gesagt, doch. Ja, ich hab den sogar gehört. Ich hab's doch gedacht. Oh, sortiert euch. Ich hab's doch gesagt, ey, Mann. Wo bist denn du Süd-Nordosten? Süd-Rosch. Na, dann sagt Bescheid. Weil ich komm mit der Armage aus der Mitte noch mit. Dann können wir das so machen, dass ich aus der Mitte das nach oben hin abdecke. Weil da oben sitzt eine dumme Franzosen-Schlampe noch mit rum im Dunkeln. Ja. Ja. Eieieiei. Eieiei. Eieiei. Ich hab's doch gesagt, ich hab's doch nicht richtig rutschen. Weil irgendwann kommst du halt in die kritischen Winkel, wo auch du nicht mehr die Winkel kennst. Weil das Muster rutschen einfach nur nach vorne fanden ist zu einfach. Design Directorate Eieiei. B Bell۔ Yup. Das war der Ritas Patrick. Mein Gott was soll jetzt weiter geht? User entered you channel. User entered your channel. End of sight. Eiee. Holi User. Weri dann nochistiere Ich will da irgendwas abkaspern, ich weiß es nicht. Soll ich noch umsatteln? Ja, du könntest theoretisch. Und wie viel mehr essen ist noch da? Steiner ist da. Ja, gut, der Spee. Ja, das ist noch fein. Bumm, die Schorle ist gleich weg. Hört nicht mehr lange da unten im Süden, hopp. Komm schon, ich ja. Ja, es ist ja schön, dass du noch einen A-Bayer drin hast, aber dann bewegst du auch. CV im Süden, sagst du mal duschen? Komm, weiter, Angriff, zack, zack, zack. Im Flur, dann such den anderen. Weiter Technischerwehr komplett die Überhand. Probier's mit Iowa, probier's mit Frankfurt, irgendwas wird gehen. Wo ist denn das U-Boot? Habt ihr das schon versenkt? Nein, ist doch abgedacht. Das sind Dünen? Doch, das müsste down sein. Ich hab noch ein paar Headshots mit. Wenn nicht, hab so nah. Doch. Ich hab da irgendwo ein Loch. Ich hab da irgendwo ein Loch. Die Jungs. Das macht doch nicht dran. Wir haben ganz gut gezogen. Und dafür ist es nicht schlecht. Der fünfte Account vom Örsted oder so. Okay, diesmal haben wir noch drei CVs drin. Wir sind ja aufpassen. Halt mal. Och, was, gestorben. Ah, da sind ja die Krachbars. Ja, ja. Aber wir sind wieder rum weiter. so dann diesmal aber schön linie bilden süden leute weil die sind nur zu dritt auch kurz dahinter ist schon wieder auch nach drei jungen wir sind schon wieder get a1 gewonnen macht direkt weiter auf halse auftrag im norden haben wir auch da kumpe hol ich mir und hier in der mitte Was habe ich nicht gehört? Abfahr. Es erscheinen zwei Bombezifferstern zu holen. Egal, muss man durch. Oh, go ahead. Oh shit, go ahead. Eieiei, skid. Eieiei, skid. Eieiei, im Süden, skid startet Bomber. Skid startet Bomber. Ja, ich habe jede Menge Fighter von mir. Ich komme da nicht durch. D5. Ja, dann. Ich habe keine Maske. Das ist zu unentschlossen im Süden. Ja, ich habe keine Maske. Ich habe keine Maske. Ich habe keine Maske. Ich versuche mal den Achter wegzuschließen. Ich habe keine Maske. Es ist ohnehin. Ich habe keine Maske. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einfach mal einen Haken schlagen, wie ein Karnickel. So, also bis jetzt noch keine Schüsse. Auf E. Auf Dora wird geschlossen. Okay. Zwei, drei, auf vier. Jörg, dann zieh dich zurück. Oh, jetzt mal kurz zum E. Ist ja noch ein U-Boot drin. Oh, wo ist denn jetzt hier, wo du auf der Scheiß-Dost-Odee entfernt hast? Das ist die Krise. Weiß ich. Weiß ich, was ich will. Das ist ja eine SS-Runde, wa? Oder aber. Zurückgezogen. Ist ja noch ein U-Boot drin, wo ich drin war. Ja. Einfach durch und kopp durch die Wand. Darüber. Ja. Icken vier. Icken, du kannst auch, weil du nicht ganz so viel Overhead hast wie Chaos, erstmal aufgetaucht fahren. Ja. Nein. Oder kannst du japanisch neuerdings. Ich mach jetzt die Gelegenheit zum Üben, wenn der Hemd hier ist, wer. Ja, aber schlecht. Was du auch nicht kannst. Ja. Ja. Der Chaos. Das ist raus. Und unten drunter. Ale. neutral. Mal. Kannst du auch sprechen? Ah, die Kachbar. Das ist die Geheimwürfe, Agent 006. So, ich decke die untere Seite ab, Schindy hinter mir und das Chaos-Ding kann dann durchfahren. Das erledigt Ecken das Problem. Fahre ich halt einfach davor. Ne, fahr ihm bloß nicht um die Füße, das ist das Hauptproblem, was wir haben. Ecken steht dahinter, der kriegt das schon im Griff. Ja, das habe ich extra gemacht, damit er nicht tropen kann, damit die Tops geblockt werden. Ja, das bringt nichts. Wenn das Ganze da rangeht, laufen sie durch ein Treffen trotzdem, ich habe das auch schon gemacht. Kommt mir das so vor oder sind denn nach der ersten Schlacht die U-Burte ausgegangen? Ein bisschen Verlust. Also haupt einfach auch den C. Die CV. Was wird denn unbedingt gebraucht? Wie immer, BB. Momentan könnte es doch ein Feuer der CV ein bisschen rumrutschen. Ach ne. Haben die Server immer noch diese Lacks? Ja. 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 Natürlich. Wechsel mal auf Iowa. Hatte Navyfield nen Update? Oder Georgia? Irgendwann Quatsch. Die Russenbomber sind schon wieder im Süden. Wer nutzt das aus als auf den Rumballern? Ernsthaft? Hatte Navyfield nen Update? Der Update nicht die Scheiße. Insiderstelle, nicht die 하ache. Aber es kommt kein Motor ist ein Ableき civilianer. Ours, man hier in Norden hat sich dann ein SS scharer When the German. Sch ONE SH tid перв aber gut und und aus geht probier frankfurt oder probier mal einen asiaten tokyo probier es einfach warum sind wir denn im süden so wenig also tokyo funktioniert bei mir echt gut im euro geht sehr gut da ist schon ein cv mehr nächste runde Die Fighter im Süden sind echt gut. Da komme ich kaum durch. Und Bomber hat da 5 Stück gestartet. Die sind bei CESA 3, 4. Ja, im Süden weiter Steff, weiter rushen und dann oben die Dings. Ich schieße noch ein Dingschen drüber. Meine Fresse ist da. BB hier drüben. Durch den Norden, ja. Mach den Norden platt. Im Süden leck mich am Arsch. Und, der Russe ist fällig. BAM! Eieieiei. Das ist alles so groß. Bitte keinen Ping. Oh ja, toll. Brauchen. SS Süd. Redjox bitte einmal für das SS. Keine Rolle. Steff, äh, überstrapazier dein Glück, meine ich, ne? Immer wieder eine Linie zurück. SS. Gegen die Bourgogne schaffst du's nicht. Jetzt hopp von weg. SS abschießen. Im Süden. Oh, abgestoffen, weitermachen. Oh, abgestockt. Oh, abgestockt. Sind die nur so wenig, oder, oder, was ist da los? Nee, nee, die sind aufgesplittet. Die waren schon zu viele sein. Es besetzen noch mehrere Räume. Ja, mir geht's, wie sie mich verlassen. Oh, man. Wer von dir dann? Kasi. Ja, ja. Aber, a ver. Ich zeigte dir, wie dieser Typ muss spielen. O sea, ich fuhr ihn zu suchen und ich wollte, dass er mich folgte, als... ...wann der Bulldog von... ...Omega... Wo haben wir unser Alpha mittlerweile versteckt? Da oben, na los. Was denn da bist du? Gequitt. User join your channel. Ja, guten Abend. Guten Abend, Bulldogchen. Nachbar. Mit Zeit, dass du bei kommst. Du hüppst sie gehuppt? Nee, hast du noch keinen. Wie wär's denn, wenn wir uns... ...ja, splitten? Ja, splitten. Ja, splitten hat's grad nicht reingefallen. Nee, 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 nee. Dann spring einfach irgendwo rein. Anja, kannst jetzt auch nicht mehr, ne? Entschuldigung. D4, bitte. Ja, lieber spät als nie, ne? Oh mein Gott. Ja, da ist was drin. Echt? W turbulence. Okay. Das ist was drin. Okay. Linie aufbauen. 8 BBs haben die. Ach, den hier. Schönen Druck von Anfang an. CV8 in Norden rausbomben oder rausraschen, wenns geht. Weinst, geht die da. ja wer hat mir die vorfahrt genommen das ist der süd weiter nach unten fährt und die morgon hier also panzer und der andere ihr könntet durch die mitte kommen weil ihr seid schnell und wenn das in absprache mit chris gehalten wird dann seid ihr auch dunkel ihr beide so die schale ein bisschen weniger und ich kann weggedrückt werden macht die schale ich drücke die anderen weg ich habe eben kaps brett kommt nimmt euch die schale zur brust hier macht die schale im norden weg süden mehr pushen eine linie bilden nachziehen er hat noch mehr loräer auf verstärkung für den cv 8 im norden das sind auch genüge der freier die neue bombe administrador der tarea sie vorra fliegt beinahe die hauen wir ab die bombe ich habe keine menü mehr ich komme gegen den freier So jetzt, Süd nach vorne. Süd nach vorne. Ja, ja. Reinerholt die Bombe, ich zieh durch. Ja, ich hab die Bombe. Die Bombe, alles gut. Ich will dann wieder Norden zustellen, den CV. AP wieder für. Amagi Norden hat kein SD mehr, kein Overheat. Passt auf. Schön. Süden kreuz sich. Nächste Rille. Wieder neue Bombe, Norden. Ja, schon dran. Bin auch dran. Ah, Junge. Kommt, noch zwei BWs im Süden. Ach, da hab ich ja einen Männergrund. Norden hilft mal weiter. Weiter oben im Norden war glaube ich noch ein BW ein einzelnes. Ah, okay. Der V8 ist gecrashed. Okay. Der zieht immer Stecker, der will den auch für den Hafen dann bestimmt haben. Ja, ja, natürlich. Ja, den werden wir nicht kriegen. Der wird vorher immer raus crashen, der Penner. Ach, klappt denn hier seine Tastatur kaputt. Ja, irgendwie muss doch Schnitzel doch platt werden. Ist das Conny oder wer das ist hier? Der Fisch. Da ist noch ein BW, A3, A2. Äh, A3, A4. Genau. Ja. Nix mehr. Fein. Nur noch zwei ZVs, was aussieht. Ach ne, schade im Süden. Also gegen die Omegas braucht man nicht GG schreiben. Das kannst du Syphilis mal sagen. Die Reserveaccounts könnten wir eh springen dann. Feiner Spurs. Wenn ihr zwei Accounts habt. Also hier ballert zur Zeit noch nichts. Kein Einballer. Ich denke mal, dass wir uns auf D4 vermuten. Ja. Das machen wir als nächstes dann. Ich bitte immer noch, sollen Gesabbel uns unterlassen. Oh, Wahlber ist ja gut gelaunt. Ne, weil es andere abfuckt. Je, das ist mein scheiß Gesabbel. Ist mir doch fuck egal, wo ihr denkt, die sind. Da ist aber heute einer mit dem dritten Keiner aufgestanden, ne? Sag's ja noch mal. Ich bin vier Minuten hier oder zehn Minuten zum Tast und... jeder zweite Satz ist da so. Ach, ich glaube, wir sind da. Ach ne, die vermuten uns da. Doch, so kann es noch. Ich glaube, das ist die Main, oder? Ja. Ja, dazu muss ich glaube ich nicht viel sagen. Jack putzen. Aber sinnvoll und nicht einfach sinnlos sterben. Also gemeinsam raschen. Popete Bomber. Wie heißt denn das Schiff? Last Samurai? Warte. Ja. 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 Ja, das passt ja. Eben, deswegen. Da kann ruhig, da kann ruhig vorfahren unser APA. Und dann nachher ist ein U-Boot drin oder so'n Scheiß. Aber das U-Boot meint meistens... Meistens heißt das das APA im Norden kommt nicht. Wenn hier ein U-Boot ist, wird Chat oder schon mehr. Nein, Loser. Du? Das ist das Haufen Vorraum, ne? Könntest du das soluzieren, Alex? Nein, nein, hier ist der Haufen Vorraum. Ja. Aber da war es ja. Almino, lass mich aufhören. Ja. Ich bin im akuten CV-Morgen, wenn es um die Wurst geht. Ja, reinitiere es. Reiner, Chris, ich, Leuper sind vier. User disconnected from your channel. Was mit einem Fighter zum Beispiel, ist der nicht irgendwie anwesend? Also, ich hab noch gar nicht geguckt, wer da ist. Fertig. So, schöne Macht. Steff, lass mich mal bitte nach unten. Unten, unten. Ich bin schneller. Gett, hast du was vereinbar mit den Russen? Nach Sie, Boku. Bin bei dir. Sollte ich das mal im Süden wieder machen? Ich fahr mal einfach wieder Richtung Süden, wie ich es sonst gemacht habe. Im Süden vermuten sie eh nicht. Die denken ja trotzdem, dass man in Norden fährt. Ich fahr mal. Ich fahr mal. Alter Schelmbür. Hm? Du alter Schelmbür. Mit 56 Knoten geht das. Ich hätte mich gleich im Süden hinstellen, so eine Strops. Unten an der Border lang. Das vermute doch keine Sau. Das tut wunderschön. Das macht ja nicht. Der Nure ist ein U-Boot, B2. Aper-Sühne, es gibt Gummi. also ja komm ja tasten alder heute wirklich zu hoch habe ich eine lust ich habe mich gebombtet oder was bei mir funktioniert auch sarka ganz gut so cat ich gehe mal auf tauchstation aber kein tauch wir können die abbrechen weil wir werden jetzt e4 e kriegen als vorraum vielleicht sogar jetzt gewonnen die waren gut die hedgehogs scheiße alter die waren mega die hedgehogs ach der ist jetzt eh schon weg hälfte leben das war's für den also eh kann raus emil crashen und 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 gewonnen ist möglich holy shit wenn wir klick haben schaffen sie es nicht mehr rüber den kleineren raum so noch jemand von hier und dann brauchst du auch nicht reden wenn die hälfte der fighter fehlen auch ich habe da genug accounts zum tauschen ich weiß halt den anbrüdern was soll's lala licht kommt conny ich weiß nicht mehr nein warum ist es gar nicht drauf habe ich jetzt nicht gesehen gehabt war doch mit dem ami du keine tschuldigung aber für was habe ich den cv7 gelöpelt ich wollte nicht versenken aber okay v7 ist meistens auch ein sechser wie sieht es in emil aus haben wir den raum kommt darauf an wie sich unser u-boot anstellen momentan ziemlich dämlich meiner person zumindest aber noch ist alles drinnen Oh, das ist ein bisschen zu voll. das ist doch ein scheiß server ja die steuerung genalt heißen atlantis das war selbst sag mal danke für das was aufs deckel dass seine weggeschossen worden bist ich war doch vor dir ja ich hab da mal ein bisschen drüben weggedrückt dass sie dich nicht ausschießen katharich müsste dunkel sein waren halt nix gegen die russen mit dem setup hier unten ich sehe gerade keiner so genau vor mir achtung atlantis mir kreuzen ja ich schaue weiter nach oben ich schiebe auch ein bisschen an ich habe mit den russen noch ein bisschen da oben da ist noch ein boot was noch arbeitet das ist gut ja schön kann man den russen vielleicht jetzt ausschießen naja ich werde jetzt gleich versinkt nora 5 alle gecrasht ganz schätze mal kicke seien schreuz gepollert berichte bei emil 5 ja ich bin offen oder schafft ihr es Sieht gut aus. Der elende eene Russe hier, der... Was ist denn das? Um Babo oder wie der hier unten hieß, der ist schlimm. Jetzt ist er weg, endlich. Jetzt hast du bloß noch im Süden den anderen Russen. Ja, und die KV da oben halt, ne? Also in den Süden haben wir schön weg. Oh, Mann. Ich will nicht weich, wenn ich nutze nur eine Maus. Sehr schön. Oh. Wie sieht es denn aus in E? Also im Süden gut. Pack dir das Ding aber pack dir das Ding nicht. Das kann durchaus sein, dass man es schaffen muss. User left your channel. No, jetzt bin ich auch gesunken. Aber weil die von oben noch reinschießen, ne? Der, der Italiener hat reingedreht oder die QV, was das ist. Aber... Das ist es. Uh. Hier wird nichts. Hm. Also. Aber... der Boxer-CV, der kann viel weniger mitnehmen. Wie in Midway. Ja. Der Boxer-CV ist ja auch nicht größer als in Midway. Ja. Ah, wir haben von knapp 20 Flugzeugen, aber okay. Und die Midway, und ein 7er. Sehr schön. Wow, das war ein schönes Ding im Süden. Genau. Die schöne Klatsche drauf geheim. Sauber. Schön gemacht. Dann nehmt ihr die andere QV jetzt vor. Die... ...beträgt auch nur einen Hit. I can not load the game... ...by Tokyo. Tokyo Pro-Agentra! Die Connecticut steht oben in der Wolke. Fährt aber nach hinten oben. QV rett sich. Rett sich auch. Von oben runter zu. Canua müsste wieder dukend sein. Sehr schön. Ja. Jetzt die Connecticut. Ob dir da kein Aufwand zum Durchdrücken wäre? Ja. Leider nicht. Wenn das wenigstens Chicken Legs... ...wär das ja ganz nett. Deck die Karte auf, das... Deck die Karte auf, damit keiner flutschen geht, wenn der U-Boot da ist. Bekommt ihr eh? Da waren wo ehens drin ist, glaube ich. Ja, eh bekommen wir. Wenn da nicht noch ein U-Boot drin ist. Na ja. Reinrolle. Das machen wir schon. Ich bin gestorben unterwegs. Hier hält das Ding aus. Gehts. Leider nicht. Ach, eh ist auch was? Eh, den... Gehts. Was heißt... wir kriegen den Raum jetzt. mit ein bisschen glück alles gut er hat aber verdammt lange luft gehört ist noch nicht wissen ja aber das ist nicht so toll das ist nicht so doll heute ich glaube 16 auf hinten starten er gibt es kein scherz macht den bomber cv aus und stellt ihn zu macht den auswendigen bomber weg damit in ordentlich immer wieder ist auf dem weg wer ist eigentlich noch ein drinnen der franzose hat keine bombe noten hier oben steht noch nicht aussieht mein hellmacher auch nicht wirkst du unser nächstes opfer jeder hat hier wieder länger nicht mal schlechter hier akra b3 ist der bomber akra am ecv was bravo 3 akra ist der spieler das ist der bomber im nörden seite dunkel mit großen ich weiß für euch testen gut gemacht kurz lichtausfall im norden kommt aber wieder neu das meine ich nicht mit lichtausfall für uns ich schiebe ein bisschen hoch wo die mitte gar keine bombe ich sehe keine sehe aber dass wir gerade mal einen arpa versanken scheiße ich habe mich beschäftigen müssen ich sehe irgendwelche neuigkeiten von e bisschen mehr druck leute sollte noch vor weihnachten da reinkommen in rafner raum dann Flip Flip ich du ich 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 du du jetzt noch gut wir nicht so alle freien in e wieder rein ja es geht es das schön dass auch mal rafft den d schaffst du schaffst nochmals blüten noch mal aufmachen ansehen was wir jetzt machen könnten rachen die sieben herausnehmen die die anderen haben fertig wir haben genug für uns kommt das ding ab wir machen lieber den ort und zwei moment fünf sekunden Crashen. Raus. Nein. Oh, mach mal. Nein, bei 10. Damit die auch genug Zeit haben zu... Klatscht sie weg. Nein, diesmal haben wir noch dran. Beschützt das Alpha, egal wie. Die haben nur eins, glaub ich, ich sehe. Ich hab nicht mal einen CV. Was? Aus den anderen Räumen, aus den anderen Räumen. Ach so. Ja klar, wir gewinnen den Raum hier und alle crashen vorher raus. Ja, nee, ist klar. Ich hatte grad kurz den ersten Fakt. Aus D5 könnt ihr treffen. Ja. Ach, ich weiß aber nicht. Passt aber in der Mitte auf mit der Schale, die ist natürlich gefährlich. Oh. Ja, die... Ja, die... ja. In der Mitte ne Schale. U-Bolt, Mitte. Ecken ist einfach geil mit einem SOS. Das ist so hammer. Ich weiß, wo der Hase langläuft. Was war denn das jetzt? Das sind zig Torpedos. War mal ne mangelhafte Leistung. 4 und 30 Minuten. Dein Thema. No Panic. Noch das Overwatch. Dann könnten wir vielleicht sogar gewonnen haben schon. Noch nix neues. Schön icken. Da ist noch ein zweites. Egal, liest mal noch mal den APA. Schutzkreis bilden. Beschützt das. Ich meine das ernst, Alter. Boah, das APA ist genau auf Max Winkel. Sagte der Spargeltatz dann da, der mit seinem Benz angefahren ist. Und so genau aufgesetzt hat. Aber schön zu wissen, dass die immer noch nicht fair spielen können, die Omegas. Was? Ja, muss. Warum muss? Naja. Dort kann das U-Boot vorbei gekommen sein. Oh, weiter weiß Bescheid, CV, ne? Gut. Weiter, Chris, Steiner, Gäupern, meine Wenigkeit, CV. Guck, da ist der Bastard. Was? Mach dem Ickenplatz mit dem Schmidterschale. Ja. Dass er das reintorpen kann. Ja, da steht das eigene APA im Weg. Das ist das Problem. Jetzt steht die Pfade beim Weg. Egal, der hat irgendein geworden. Das einzige SS noch. Jetzt ist es scheißegal. Den muss noch einer weiter placken. Okay. Passt, passt, passt. Schöner Torps raus. Was für ein... Wuuuh. Das war ein Space in meinem Text von 500 Minuten. Wenn ich rausgehen. Würdest du meinen, du hattest ein Leck, Cat? Weniger Smarttalk, Linie bilden. Geht der zweite Scout raus, nicht alle. Setzt die versetzt. Boah! Ataku Nord. Cat, wer fährt denn den Schind? Patunus. Warum? Der wird gerade erschossen. Von wem? Von mir. 19... Ja, knapp 20 PB's haben sie. Also etwa gleich. Also... Geduldig. Reden da. Da ist A-Kran in der Mitte mit dem CV-8. Der könnte Bomber sein. Ja, mach ich doch. Geduldig. Alter, ich schieß... Schieß schon gleich weg, ey. Da geht mir so... Leute, wir müssen jetzt ja nach vorne. Druck machen. Verteil ich mal. Wo seid ihr alle? Prüben ist es nicht. Taub deine Taschenlampe. Taschenlampe ist an. St. Aeroebraut im Sight. Aeroebraut im Sight. Aeroebraut im Sight. Aeroebraut im Sight. Oh, hab ich Rudi entgeschmissen? Nein, eigentlich ist das irgendwie so. Zähf Luntek. Bözen. Und eine Schere, eine Ataku. und was habt ihr schon beim bauhaus gemacht es ist auch nicht oh scheiße märme kagum la puta das ist ein stammteil irgendwas aber nicht so viel ich wusste Ich glaube nur wie die großen. Oh, another. Der Süden wird ziemlich weggeschossen. Er schreit mich so im Scheiss. Ach, schweig. Ach, schweig. Bitte, nicht einzelne Erraschung vorne. So schwach gar nicht. Mitte Licht fehlt. In der Mitte ist nichts. Da ist kein Licht. Entschp hast du noch dringend? Bekauf ergerlich! Wannschaun in Sight? Fajern auf dem Sight. Erfrauch auf dem Sight. Erfrauch auf dem Sight. Erfrauch auf dem Sight. Das sind alles Russen-BW7. Sieht da nur irgendwo eine Lücke. Ja. Sämtliche Falte, denke ich. Komm mal in den Stuhl. Licht, Back, Süden. Ja. Ich hab auch Stand für's. Alles geht's wieder. Ja doch, ich drück schon. Ja, weil wir müssen gemeinsam nicht drücken. Dann hör auf die Quasin-Fluore, weil dann hast du noch mehr Links. Das kannst du nicht starten irgendwann irgendwie. Jetzt bin ich blob. Ja. Gegner hat sich mal erwischt, aber... Nach haben wir erwischt. Okay. Ich hab nur 16 BBs. Pfff. Wie sind sie denn? Oh, da täusche ich mich. Hmm. Moment, Moment! Moment. Oh, das ist ein Jingle. Oh my, das ist ein Hm. Mit dem einen habe ich Standbild, dann muss ich mit dem anderen machen. Da schlägt sich das hier irgendwie weiter an der Stelle, da in der Mitte. Da schlägt sich das hier. Der Süden bei denen ist definitiv dünner. Im Süden haben sie ein Loch. Wir haben die Viererlinie komplett unbesetzt. Da muss doch im Süden was machbar sein. Leider nicht. Von D3. Die Viererlinie haben für Sie zu spielen, Loco. Sie sind in den Charas Pelotas. Versuch noch ein kleines bisschen reinzuziehen. Äh, nicht ich mein CV, nein. Ohhhh, we live. Die dukantig grad dunkel und ein bisschen pisch Wo willst du noch hören? Im Süden haben sie mir gerade den letzten Flieger runter geholt. Weil sie keinen Scout hatte. Ich bin wirklich durchkranken beim Süden. Ja, was machen? Das geht jetzt raus. Das ist nicht nur was wird. War das auch erwischt? Es ist unterwegs. Bei mir ist es noch hell. Aber ich weiß nicht wie lang. Es ist noch 35 Flieger. Hat ein bisschen dünn mittlerweile. Ich habe auch nicht mehr wirklich viel. Ich habe auch noch eine 34. Ich weiß nicht. Ach nix, die Schnappatsch ist dabei. Wo ist er, der Sack? Oh, die ist doch da unten. Oh, der ist schon wieder dunkel. Ah, ah. Cut. OK. DeBeer hier und scheissen. Ich möchte mich dir meinen Gericht aufvall. Was ist hier? Oh, denn ich bin jetzt los. Was wollte ich? Ich habe... ...Russian other room... ...bust Wenn Woody dran ist, dann probiert ein bisschen zu helfen, nicht dass er umsonst stirbt, ja... Ah, er fährt schon wieder zurück, okay... Die müssen doch auch langsam die Fliege ausgehen, ja, das gibt's doch nicht... ...if ihr kann, pustet ihn nicht... ...Heddy Hall, es ist nicht möglich... Genau, da würde ich auch stehen... ...wahrne... Heute fehlen die Atakos zu drücken, ne? Ja, ich will die Zone... Eier lucien al nord, che coñon! Ja... Verlagert euch mal ein bisschen in die Mitte, wenns geht... Im Norden geht was, aber ihr müsst aus der Mitte die Kammern irgendwie... Ja und? Ist im Norden die Schmutztruppe zufällig? Ja. Gut, dann können wir mal gucken, dass die vielleicht was auf die Reihe kriegen. Deswegen sollt ihr in der Mitte nämlich Druck machen. Nicht wegschieben und lassen den Kraken. Dass die ihn noch hochschieben, ja. Wo ist doch da oben? Ja gut, wenn er dran ist, müssen die anderen ein bisschen Druck. Dann ist er tot, ne. Feiter, Steiner, fahrt mal nach vorne, ihr habt doch bestimmt Hedgehogs. Wir müssen unseren BBs mal helfen. Feiter? Ja? Hast du Hedgehogs? Du. Nach vorne, Biberinger. Verwichtig. Gut, Hedgehogs. Machst du was du. Nein, nein, nein. Wenn ich sage ihnen, auf den Norden und nicht gehen, natürlich, die anderen fangen und schreien mich an HHs. Long. Long. Ich bin auf, Lander. Sie sind für den Norden wieder. Sie hatten, sie haben, sie haben, sie haben, sie haben, sie haben. Sie haben, sie haben, sie haben, sie haben, sie haben. Ja. User entered your channel. Ich weiß. Wenn 5 Minuten kriegst du kaum, raschen können die nicht, die Idioten, Alter. Gut weh, aber ist einfach so. User disconnected from your channel. Okay. Ich kriege Not. Wir sollen sie einfach mal ansetzen. Vielleicht schaffen sie es ja. User in your channel. Time down. In 5 Minuten ist heute nichts zu holen. 10, 12. Ach, trotzdem mal neue Runde bereit. Schiffe. Ja, wir können es probieren. Dann musst du jetzt aber auch einen Stecker ziehen. Einer ist unten. Ich ordne. Okay. User in your channel timed out. Na, habtER's noch geschafft. Dort noch gespielt. Ja, so wo ich raus bin, waren noch zwei BB-6 drin. Oben im Norden. Und drei. Na dann, dann wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Adventmorgen, Jungs. So. Und unsere Chance haben an der Dottagio. Funktionärs. Funktionärs. Eins machen wir schon aus dem Unterdruck. Immer drauf. Die Schere einmal dran bist, bis sie dran. Dann kommen sie nochmal weg. Immer drauf. Immer drauf. Da oben. Wir treten da nach hinten. Halle, gib Gas, Mensch. Wenn du einmal dran bist, darfst du mit dem Dreckstilger nicht mehr wegdringen. Achtung jetzt, dann drücken wir in Ordnung durch. Scheiße. Ja, gut. Nice try. Ja, gut. Ja, gut. Hä, gut. số 1 Bis жеin eine Dimmat relational distress. Und zwar das Pard. Ich bin storyteller Alice vor. Ich bin super, glaube ich,ster Parduch. Ich bin zum...! Schönein 100% Aufacles时 das Gerät. Es ist schon müde amüsant.